Musik makes me lose control, let's go. Yo, was geht Leute, mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Willkommen zum eigentlich ganz control-lostigen Podcast, wo die Kontrolle einfach nicht bei uns ist. Weil wir zu viel Musik gehört haben. Ja. Kennst du das? Manchmal hört man so viel Musik, dass man sich denkt, uh. Dass man sauer wird? Ach so, nee. Ach so, was kennst du denn? Ich muss meinen Körper einfach bewegen, weißt du. Ach so, ja. Bestimmt, hat dich Musik schon mal sauer gemacht? Ja, natürlich. Also, ich liebe Musik. Ich auch. Aber wenn ich irgendwann so seit acht Stunden Musik höre und die ganze Zeit irgendwas, weil das habe ich schon sehr häufig gemacht, so irgendwas gearbeitet. Ja, okay. Und dann stundenlang dabei Musik gehört. Und dann ist es einfach nur so dieses so, okay, same shit, wenn ein kleines Kind den ganzen Tag neben dir einfach redet oder sowas. Ah, oder dich immer wieder fragt, warum? Oder, ja, Mann. War das so deshalb, Mann. Dieser unendliche Warum-Maschine. Why-Machine nenne ich Kids. Ja. Dann kann es ein Leben machen. Dann hasse ich manchmal Musik. Dann muss ich einfach so einfach aus, wieder ein bisschen klarkommen. Oder, was dann immer natürlich geht, ist so irgendwas laufen lassen, wo geredet wird, wenn man gerade Background-Action haben will. Ein Podcast zum Beispiel. Genau. Weißt du, was ich meine? Von dem eigentlich ganz gut. Welche, die ganz gut sind. Hörst du den eigentlich ganz guten Podcast manchmal? Jeden Tag. Nee, aber jetzt mal, Real Talk, hast du schon mal dir gedacht, ich höre mal kurz da rein? Ja. Und den auch so gehört, so zum Zeitvertreib? Also, ich habe schon mal irgendwie was nachgucken wollen. Aha. Und dann habe ich irgendwie einfach so zu Ende geguckt, weil ich es lustig fand. Ich muss voll oft so, wenn ich reingucke, mitlachen so. Ja, okay. Das ist doch gut. Also, ich bin wahrscheinlich auch ein Fan von unserem Podcast. Das ist eigentlich schon, wenn man so erwischt wird dabei, ist das schon eine der seltsamsten Sachen, oder? Sehr, sehr, sehr. Ey, Bro, was guckst du gerade? Ähm, mich selbst. Ich habe dich lachen hören. Ja, ich habe einen guten Witz erzählt. Ich finde, Musik ist voll die so wireless, so kabellose Energieübertragung. Ja, stimmt. So, ja klar, wir haben jetzt Induktion, aber so richtig so von hier nach da Energie schicken, also so Energie aufladen. Ja. Weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, wie ich all diese Nächte bis 7 Uhr morgens im Club, bis 6 Uhr morgens einfach so richtig so, hier Terry Crews mäßig. Ähm, tanzen warst. Es ist sowieso voll komisch, wenn man drüber nachdenkt. Also, ich wollte gerade sagen, falls irgendjemand Gehörloses gerade diesen Podcast hört, aber das... Das ist dann schon vorbei. Nicht so. Tut mir leid. Wobei, doch, vielleicht könnte jemand gerade die, ähm, die Videoversion schauen mit automatisch... Mit der schlechten Übersetzung. Mit automatisch generierten Untertiteln. Tut mir echt leid dafür. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ist, dass es für jemand Gehörloses muss Musik richtig komisches Konzept sein. Wenn man, wenn man es... Also, wenn du von Geburt an nichts hören kannst. Ja. Weil einfach voll komisch, so alle chillen, plötzlich wird so ein Knopf gedrückt und Leute plötzlich fangen an einfach sich so zu bewegen, so eine richtig unnatürliche Art, die man sonst nie sieht. Ja, ja, ja. Wobei die ja besser spüren können. Genau, genau. Ja, das, das... Also, man wird die Vibration spüren können. Rhythmus lernen. Aber... Ein Gewissen. Glaubst du, dass das Spüren eines Basses dich auch dazu bringt, tanzen zu wollen, wenn du es nicht hörst? Also, weiß ich nicht. Ich bin mittlerweile nach dem Studieren einiger Babys... Ähm... Was heißt das? Nachdem ich viele Internet-Baby-Videos gesehen habe, bin ich recht der Überzeugung, dass so Musik muss irgendwo in unserer DNA drinstecken. Nicht nur kulturell, es kann nicht nur kulturell weitergegeben werden. So ein Baby saß da und war so richtig mad. Mhm. Und die haben so irgendeinen Song angemacht und auf einmal fängt das an, so richtig so im Takt. Er musste, er konnte nicht anders. Ja. Einfach so zu danzen? Ja, er musste auf einmal so anfangen zu tanzen. Und das ist immer und immer und immer wieder dasselbe, was passiert, wenn du Babys Musik abspielst. Auf einmal so... Oh, I gotta shake that booty. Okay, was? Das habe ich noch nie gesehen. Doch, doch. Hast du nie gesehen? Die sind ziemlich bootylastig immer mit ihren Shakes. Nee. Doch. Also, nee, habe ich nicht gesehen. Ja. Ah. Dann lass es dir gesagt sein. Ich glaube, dass Musik... Angeblich ist es wegen dem... Weil das einfach ein mathematischer Rhythmus ist, der vorhersehbar ist, aber nicht zu vorhersehbar oder sowas. I don't know. Das ist ziemlich vorhersehbar. Ich bin der Meinung, es ist einfach nur... Eins und zwei. Ich bin der Meinung, es ist einfach nur, weil es fresh klingt. Ja. Aber ich kriege halt immer so wirklich Energie dadurch. Also, ich könnte... Und das ist das Ding. Ich könnte an einem Freitagabend um drei Uhr nachts im Club richtig müde sein. So sagen wir, ich habe gerade Hunger. Ich habe nicht wirklich geschlafen vorher und all so ein Shit. Und ich bin richtig exhausted. Wenn jetzt plötzlich freshe Musik anfängt zu laufen, moonwalk ich dir die ganze Nacht durch. Dann ist man plötzlich motiviert, da nochmal... Ja. Was voll krass ist, weil ohne dieses Hinzufügen von Musik ist es eigentlich nur Fitness machen. Ja. Was ich meine? Ja. Und alle würden schon längst aufgeben. Ja. Aber so die Musik ist da und dann bist du so... Let's go. I just wanna rock, rock, rock. Buddy Eddie, yeah, 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 ha, ha. Ich glaube, ja, aber jeder, der im Nachtclub ist, macht essentiell eigentlich nur Fitness. Gibt halt kein Yoga-TV mehr, so wie in den 80s. Ja, bei den 80s gab es ja auch schon Clubs. Ja, ich meine nur, aber das gibt es halt... Achso, verstehe. Oh, die waren ja richtig crazy drauf. Die mussten sich morgens austoben und dann abends nochmal... Am Toben. Am Toben. Ich glaube, es gibt viele Leute, die so zum Club gehen und die ganze Nacht tanzen und dann sagen so, ich würde niemals Fitness gehen, so. Ja, okay, aber was die damit meinen, ist wahrscheinlich, die haben keinen Bock, schwere Gewichte zu heben. Musst du ja im Club nicht machen. Ja, aber du, also auch Ausdauertraining würden sie ja nicht machen. Und das ist es ja... Verstehe. Also, kommt drauf an, wie du tanzt, aber... Die könnten so in diesen Dingsraum gehen. Welcher Raum ist das? Wo man dann... Es gibt dann immer so einen Raum im Fitness, wo es dann so Zumba und so andere... Halt sowas so und eins, zwei, drei, vier und let's go und du weißt doch. Ja. Kennst du nicht dieses eine Video, wo so eine Trainerin irgendwie so zu so Technomusik auf Trampolin springt? Nee. Und ihre Schülerinnen alle auch? Nee. Und irgendwer hat überall unter ihnen Pferde animiert. Damit es so aussieht, ob die am Reiten werden? Ja. Ah, krass. Also... Sieht's cool aus? Das mit den Pferden? Ja. Ziemlich. Ah, nice. Also, weil das ist so eine... Das ist halt eins dieser Fitness-Classes. Und es sieht auch auf jeden Fall sehr auspowernd aus. So ist es nicht, ne? Und geht auch bestimmt auf die Beine, auf Trampolin die ganze Zeit so zu springen, wie die gesprungen sind. Aber die sind halt immer so hoch mit dem Booty gesprungen, dass es halt so... Eigentlich so aussah, als wären die oben am Sitzen. Ja. Und irgendwer hat einfach so... Und es ist schon ein bisschen länger her, dass er das gemacht hat. Das heißt, damals war auch noch nicht so, ah, ich kann mit Handy CGI und sowas einfügen. Der hat so richtig so Pferde unter denen, die so animiert rennen. Krass. Und alle rennen so mit dem Pferd. Ist das dumm? Ja, Ari hat mir gerade das Video gezeigt. Das war ziemlich witzig. Aber genauso gut kann auch Musik dich einfach dazu bringen, dass du richtig traurig bist. Ja. Und ich weiß nicht, warum man das macht. Aber ich weiß noch, das ist Jahre her, also wirklich so extrem lange her. Ja. Da hatte ich mal Herzschmerzen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich da extrem viel... Baby, you should let me learn. Also ich hab richtig viele traurige Lieder halt gehört. Und ich frag mich, warum macht man das? Also warum versucht man sich noch trauriger zu machen? Wärst du nicht eigentlich für Smart so gute Laune-Songs die ganze Zeit zu hören, um so sich immer so mehr davon... Ich weiß, was du meinst. Aber irgendwie ist es so... Scheiße, Mann. Ich hör jetzt... Die ganzen alten Drake-Songs oder irgendwelche Lieder, die dich traurig machen, weil es um Herzschmerz geht. Ja. Damit du dich noch mehr in deinem Leid baden kannst. In deinem Leid baden kannst. Trifft es ziemlich gut. Hier ist das Ding. Ich denke, zu einem gewissen Maß ist es gar nicht mal so verkehrt. Weil ich glaube, man verarbeitet Emotionen wesentlich besser, wenn man sich ihnen stellt und da durchgeht. Und wenn du das jetzt noch quasi herbeibeschwörst, indem du... I don't wanna know. Traurige Musik heißt? So, wenn du das hörst, dann versetzt du dich noch mehr da rein. Kannst vielleicht noch trauriger werden. Einmal kurz alles rauslassen. So quasi, dann bist du schneller durch? Ja, ja. Glaubst du? Du machst es ein bisschen stärker, du machst es ein bisschen schneller und hast das so dann verarbeitet. Weil alles, was man nicht verarbeitet, das holt dich früher oder später halt ein. Nö. Ich bin einfach schneller. Oh, das ist natürlich auch ein Ding, wenn du richtig schnell rennst vor deinem Problem. Wenn du schnell genug rennst. Weil das ist ja auch ein begrenztes Spiel. Irgendwann stirbst du ja. Das heißt, nur bis zum Tod musst du schneller sein. Bis dahin musst du sprinten um dein Leben. Stimmt, wenn du einfach dich die ganze Zeit ablenkst, bis es vorbei ist. Ja. Dann? Dann, tja, ja, kommt mit mir gar nichts. Ja. Aber es ist krass, dass man so, dass anscheinend, also anscheinend sind wir, anscheinend wissen wir das unterbewusst oder sind dazu programmiert, weil das ist ja keine Sache, die nur ich gemacht habe. Ich glaube, die meisten Menschen nicht. But wait a second, though. Was ich zu Ende führen wollte, ist, manche übertreiben es hardcore. Und ich glaube, das ist dann einfach, wie du meintest, einfach nur noch in der Traurigkeitssülze baden. Ja? Ja. Indem sie... Einfach weiterhin und weiterhin und weiterhin traurig sind. Ja, gut. Woher weiß man, wann man durch ist? Eigentlich ja nur, wenn man sich danach fühlt, oder? Woher weiß man, wann man wieder fertig damit ist? Ja. Ach so. Das ist ja nicht so, ich höre zehn traurige Lieder oder meinetwegen 50 und dann geht es mir wieder gut, sondern es dauert die Zeit, die es dauert. Wenn du zum Beispiel eine dreijährige Beziehung gehst zu Ende, wird es nicht ein Tag sein? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber wird es zehn Jahre sein? Ne, es wird schon mal nicht länger als die Beziehung sein. Mhm. Okay. Es wird, es ist glaube ich, die Formel ist eher so 15, 20 Prozent von der Beziehung. Aha. Dauert es dann nochmal bis... Ich habe, ich habe mal gehört... Oder ein bisschen länger vielleicht. Ich habe mal gehört, dass irgendjemand gesagt hat, das ist natürlich das beste Zitat der Welt, dass irgendjemand irgendwas gesagt hat. Was war das für jeden, also bei einer gescheiterten Beziehung dauert der Herzschmerz für jeden Monat, den man zusammen war, eine Woche? Also jedes Jahr zwölf Wochen, also drei Monate. Mäßig. Ja? Und so, um quasi wieder so fit zu sein. So zwei Jahre, ein halbes Jahr? Okay, ja. Habe ich mal aufgeschnappt. Das ist gar keine schlechte Formel, denke ich mal. Also, als ich es gehört habe, war so, hm, das leuchtet ein, aber eigentlich so, was ist das für eine Matheaufgabe, die du mir gerade... Das Ding ist, natürlich kommt es halt auf extrem viele Sachen an. Wie sehr wolltest du es, ist ja schon mal ein, hast du Schluss gemacht und wolltest es nicht? Du kannst ja auch Schluss machen und selber trotzdem voll darunter leiden. Das gibt es ja auch. Und dann wiederum, so deine Lieblingsmannschaft hat verloren. Okay, das ist sehr weird, wenn du deswegen jetzt anfängst, so Schnulzen-Songs zu hören. Na, Schnulzen-Songs? Schnulzen-Songs ist komisch. Wenn du deswegen anfängst, traurige Songs zu hören, weil FC Bayern hat verloren und du hörst jetzt so, hello, is it me, and you, und dann guckst du so die ganze Zeit so aus dem Fenster, wo es so regnet. Ich glaube, Musik hat mich noch nie wütend gemacht, außer wenn es mich genervt hat. Also, ich habe jetzt noch nie Musik gehört und dadurch wurde ich dann so, ah, schlag jetzt... Also, klar, wenn du so beim Fitness bist oder so oder du willst so irgendwas machen und du willst so mehr Energie haben, um so ein bisschen so mehr in diesen... Ja, es hat höchstens geholfen, meine eigene Wut zu verwüten, zu erweitern, zu erwütern. Ach echt? Vielleicht bist du dann noch wütender geworden? Na, wenn ich, also, wenn ich wütend bin und es jetzt gerade sein möchte... Verstehe. Wo möchtest du wütend sein? Am Boxack. Beim Boxack möchtest du wütend sein? Echt? Ja, klar. Warum das denn? Wird es nicht so eher so fokussiert und so pam, pam, pam? So, du willst wütend sein, sodass er dich so abfragt? Also, klar, natürlich, Wut ist ja auch Energie und Kraft. Also, alles, was du irgendwie in produktive Energie umwandeln kannst, ist ja rein theoretisch... Und Wut ist natürlich eine Sache. Also, Wut, Trauer... Ich habe sowas immer versucht, halt irgendwie in Sport dann umzuwandeln. Krass. Ich glaube, ich habe noch nie aktiv versucht, wütend zu sein. Ich habe, wie gesagt, nee, du hast mich gerade viermal falsch verstanden. Okay. Ich habe nicht aktiv, ich saß nicht so zu Hause und habe gesagt, okay, let's go, jetzt werde ich wütend, sondern wenn ich wütend bin, kann mir die Musik helfen, meine Wut noch zu stärken, dass ich die, wenn ich die jetzt so zum Beispiel am Boxack rauslassen will. Aha. Dass du schneller wieder nicht wütend bist? Nein, dass ich einfach meine Wut noch mehr aufbaue. Also... Okay. Hä? Okay, krass. Ja. Ich weiß gar nicht. Ex-Gaum-Gewittuja. Also... Und du bist gerade wütend und willst gerade... Ja, ja, doch. Hast du schon mal so... Bist du schon mal irgendwo gewesen und hast Sachen zerstört? Aus einem Musikvideo? Ich habe Sachen zerstört aus Wut, meinst du? Ja. Boah, in meinem Leben richtig selten. Ich war immer jemand bei fast allen Situationen, wo ich was kaputt machen wollte. Ich war richtig wütend und dann so, aber so wütend bin ich doch nicht, weil ich will das später noch haben. Ich konnte mich da mal richtig beherrschen. Bis auf einmal. So. Aber... Ich habe auch bisher nur einmal was kaputt gemacht. Ja. Aber ansonsten, nee, jedes Mal so... Keine Ahnung, ich kenne... Ein Kumpel von mir hat auch so aus Wut schon sein Handy auf den Boden geworfen und so Sachen. Und direkt bereut. Weil ich war halt danach noch viel wütender. Genau, genau, genau. Deswegen reiße ich mich da lieber zusammen. Und da war ich dann so, aber das mache ich jetzt nicht. Wo mich Musik sehr wütend gemacht hat, extrem wütend, war, wenn ich einen bestimmten Song als Wecker habe. Und der nervt. Das kann einen Song kaputt machen. Oh, komplett. Ich habe eine meiner Lieblingssongs als Wecker gemacht früher. My Life Be Like... Nein. Hattest du den noch? Hattest du den? Warum bist du davon ausgegangen, dass ich den auch hatte? Ich hatte das Gefühl gerade. Das war dein Wecker? Ja. Und irgendwann hast du ihn gehasst? Ja. Ah, scheiße, Mann. Ich hatte einen Song von Charlie Germino. Den kann ich nicht mehr hören. Es war zum Glück ein Song, der nicht auf seinem Album drauf ist, sondern so eine Single, die... Es war sogar... Er war sogar als Feature nur drauf. Aber immer wieder den Song... Oh, dieser Sound. Ich konnte den Song nicht mehr hören, leider. Hm. Der erste? Ich weiß nur, wie er geht. Dun, 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 dun. Ich muss dir vorstellen, du wachst auf jeden Morgen, so bis zum Tiefschlaf. Und dann hörst du einfach nur... Vor allem das Schlimme bei dem ist auch noch, der hat einen heftigen Drop irgendwann. Hm. Und das heißt, wenn du bis dahin nicht deinen Wecker ausgemacht hast, dann wurde es schrecklich. Warte, ich zeig dir noch. Oh, Mann. Das ist bei dir morgens gelaufen, Digga. Du hast 1 Minute 25 Zeit, um diesen Song auszumachen, sonst hast du mies verkackt. Oh, okay, verstehe. Ich hatte, meine Logik dahinter war immer, dass ich dadurch schneller aus dem Bett komme. Hat auch funktioniert, aber ich habe keinen guten Start in den Tag gehabt. Das war das Problem. Ich hatte auch eine Zeit lang Chop Suey von System of a Down als Wecker. Oh. Weil der auch relativ gechillt anfängt. Also, dieses Gitarre am Anfang einfach nur, dieses... Und dann, wenn du es nicht rechtzeitig ausgemacht hast, kam halt der heftigste Rock aller Zeiten. Und dann hast du mies verkackt. Das heißt, jeden Morgen war so, oh, Scheiß, ich muss jetzt aufstehen. Ich habe auch mein Handy früher immer woanders hingepackt, nicht neben meinem Bett, sodass ich aufstehen muss. Ja. Was ich eine Zeit lang gemacht habe, war, weil ich genau dieses Problem satt hatte. Ich habe mein Handy, damals hatten Handys ja noch Aux-Kabel. Mhm. Kommt einem schon irgendwie fast schon antik vor, die Zeiten, wo das so war. Ja. Aber das ist gar nicht mal so lange her. Jedenfalls habe ich das dann einfach an meine Boxen angeschlossen, mein Handy. Stimmt, und dann hast du deine Anlage auch nachts angelassen. Ja. Ja, ich glaube, das habe ich sogar mal mitbekommen, wie du das gemacht hast. Und das habe ich nicht immer gemacht, aber das habe ich manchmal gemacht, wenn ich vor allem wusste so, yo, ist wichtig, ich muss aufstehen. Und es gab schon Male, wo ich meinen Becker nicht gehört habe. Ja. Und dann habe ich es einfach daran geschlossen. Aber das war dann wenigstens so, das ist viel weniger schlimm als Dings. Das brauche ich irgendwie als so ein Smart-System. Als dein Handy. Ach so. Weil es kann dich mit viel angenehmeren Frequenzen und Klängen und sowas wecken. Ja. Weil Musik ist was Schönes, aber eigentlich jeder Wecker, den ich jemals durch mein Handy gehört habe, hat mir nicht gute Gedanken in meinen Kopf reingesetzt. Mhm. Ich habe eine neue Art von Wecker mal probiert. Ja. Und zwar hatte ich mir nämlich extra dafür, wirklich nur dafür, ein Fitbit zugelegt. Ein Armwand? Ja. Did the same. Und? Ne. Was heißt das? Ne. Also, ich benutze es nicht mehr. Weil? Weil, hat mir nicht wirklich was gebracht. Also, das sollte mich so wecken, indem es vibriert. Ja, genau. Ja. Und? Du machst so Zug? Ich bin nicht wach geworden. Ach, du bist nicht wach geworden? Ja. Ach so, ja, das hast du nicht gesagt. Hat nicht funktioniert. Ach so, ja, okay, das ist kacke. Ja. Ne, bei mir hat es funktioniert. Ja. Ich dachte so, hat dir nicht gefallen oder so, hat es nicht so gut angefühlt oder was auch immer. Okay. Ja gut, wenn es nicht funktioniert, dann bringt das gar nichts. Aber es ist ja eigentlich nice, dass du keinen schlechten Ton abbekommst. Mhm. Ich habe es eigentlich nur nicht mehr benutzt, weil ich immer vergessen habe, es aufzuladen. Weil dein Handy hast du automatisch aufgeladen. Ja. Und so einen herkömmlichen Wecker, den lässt du ja immer stecken. Aber, also so wie so ein Oldschool-Wecker, so ein Digital-Wecker, so zum Beispiel, der steckt an der Steckdose. Aber das Ding musst du immer an dein Handgelenk machen und dann habe ich, dann war es irgendwie immer leer. Ja, okay. Auch oft als normale Uhr benutzt und dann habe ich so vergessen, das aufzuladen. Und ja, dann, aber eigentlich war das gut. Probleme. Ja, ich weiß es auch, ohne Sinn. Ich glaube, es gibt manche Leute, die benutzen als Wecker, das habe ich mal gesehen in einem Video, da hatte jemand einen Wecker und das war angeschlossen an so, an so sein Smart House oder so. Und dann gingen so langsam Lichter an oder ich glaube sogar die Vorhänge gingen auf oder so. Und dann war es das Sonnenlicht. Das würde bei mir gar nichts bringen. So, wenn plötzlich einfach so Licht scheinen würde langsam. Achso, das würde gar nichts bringen. Manche Leute so, dann stand da irgendwie und dann wachst du von den natürlichen Lichteinstrahlungen auf und ich dachte mir so, hä, du hast doch deine Augen zu. Das bringt doch gar nichts. Ja, manche sind extrem Licht-Sensitiv. Sobald deren Zimmer nicht 100% verdunkelt ist, können die auf einmal nicht mehr weiterschlafen. Ja, dazu gehören wir beide nicht. Und ich bin sehr froh darüber, weil auf der einen Seite wäre es irgendwie voll nice mit so Licht einfach geweckt zu werden und diesen ganzen Scheiß nicht am Hals zu haben. Aber das bedeutet auch, dass dein Schlaf dann halt super abhängig ist von was geht gerade ab. Ja. Ist es mal nicht so dunkel, wie du es brauchst, kannst du einfach gar nicht mehr entschlafen oder was ist dann los? Und sobald halt irgendwie was Lichtmäßiges ist, dass du dann nicht... Manchmal ist man ja auch woanders oder so, muss gerade irgendwie woanders vielleicht mal übernachten. Besonders als, weiß ich nicht, I don't know, Biden-Talks. Sagt man das, wenn man den Faden verloren hat? Ja. Ich glaube schon, das habe ich gerade erfunden. Biden. Hast du was von The Volcano mitbekommen? Von einem bestimmten Vulkan? Nein. Also, ja, aber das ist eine Doku, die heißt The Volcano. Okay. Von der hast du nichts mitbekommen, oder? Also erstens, was ich gerade sagen will, ist extrem interessant. Ich erzähle gleich mal ein bisschen was dazu. Okay. Hast du schon mal von einem Pyroclastic Flow gehört? Ich glaube, ich habe den Begriff schon mal gehört, aber es sagt mir jetzt nichts. Okay. Das ist eins der abgefucktesten Dinge, die ich jemals irgendwie gesehen und mitbekommen habe. Und zwar, ein Pyroclastic Flow ist, wenn ein Vulkan ausbricht, aber nicht, wenn so Lava, Magma und so ein Shit so rauskommt, sondern wenn ein Dampf-, Staub- und Partikelgemisch plötzlich rausgeschossen kommt. Und diese Rauchwolke ist dann extrem heiß und teilweise komplett schwarz und undurchsichtig und die ist super schnell. Also die breitet sich extrem schnell aus. Das heißt, wenn du in der Nähe bist, ist nicht mit wegrennen oder irgendwie sowas. Und es gibt eine Insel in Neuseeland in 2019. Also da waren ständig immer Touris dort. Da gab es dann quasi auch so Touri-Fahrten und sowas. Also es gab quasi richtig so Leute, die haben einen Trip dahin angeboten. Du konntest Geld bezahlen und dir dann dieses Naturphänomen angucken. Da gab es halt teilweise so Pfützen, die geköchelt haben. Stellen, wo so, nennt man das Geysire? Ne, keine Ahnung. Aber hier, es gab so Stellen, wo aus dem Boden Wasserdampf hochgeschossen ist. Und so ganz viele andere Shit. So Schwefelsäure, was am Kochen ist. Ganz viel theoretisch interessanten Stuff, was es da zu sehen gibt. 47 Leute waren dort. Ja. Und haben über, glaube ich, drei verschiedene Anbieter, also über drei verschiedene Gruppen haben gleichzeitig dort eine Besichtigung gemacht. Und während sie dort sind, bricht dieser Vulkan mit einem Pyroclastic Flow aus. Okay. Und Netflix hat eine Doku zu diesem Event. Ja. Zu diesem Ereignis. Und das Kranke an dieser ganzen Sache ist, es ist halt, es ist 2019. Es ist nicht mehr 2005, es ist nicht mehr 1995 oder irgendwas. Jeder hatte ein Handy dabei. Und alle waren die ganze Zeit am Film, weil gerade so ein Ort ist für sehr viele Tourist, scheinbar auch, wie es in dem Video so ein bisschen aussah, so gerade attraktiv, weil man ja auch Fotos davon haben möchte. Ah, ich möchte eine Erinnerung haben, dass ich vor einem Volkan, vor einer Volkanöffnung stand. Ja, ja, das ist ja normal heutzutage. Oder so, das, das, das. Ich will das gerne später nochmal sehen, anderen zeigen, ist ja auch verständlich. Aber dementsprechend zum Zeitpunkt, wo sich all das so langsam ereignet hat, hatten halt alle, einfach fast alle Handys in der Hand und haben gefilmt. Und es waren auch drei Gruppen, die versetzt waren und so. Das heißt, ein paar waren schon so ein bisschen mehr teilweise in Sicherheit als andere wiederum und so weiter und so fort. Und irgendwann bricht dieses Ding aus und es ist oft, es ist zugleich tragisch und verstörend. Also falls auch hier eine Warnung, falls irgendwer diese Serie gucken will, extrem interessant gemacht, aber auch verstörend. Normalerweise passiert eine Katastrophe und du kannst von außen dann, wenn überhaupt es irgendeine Aufnahme von außerhalb gibt, meistens gibt es ja gar nichts. Und dann, wenn es Überlebende gibt, hast du ein paar Erzählungen und das war's. Und hier gibt es halt einfach so super viele Aufnahmen aus verschiedenen Richtungen. Ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, wo sie selber auch gar nichts hätten sehen können, gibt es auch teilweise nur Audio und sowas. Aber das gibt es so. Und sind diese Personen dann ums Leben gekommen? Genau, also leider haben 22 dort ihr Leben gelassen. Und einige haben durch ein paar sehr heldenhafte Rettungsaktionen. Und wie gesagt, Digga, das Ding ist wie ein Film, nur dass es echt ist. Also die haben halt wirklich, die haben halt diese Aufnahmen von den Handys und dann hat Netflix halt noch irgendwie, oder wer auch immer das produziert hat, haben zusätzliche Aufnahmen noch ein bisschen aufgenommen, um einfach alles so ein bisschen, so im Nachhinein, alles ein bisschen besser visualisieren zu können. Und dann gibt es halt noch die Erzählungen der Überlebenden. Ja. Und du fühlst dich so hautnah dabei und fühlst irgendwie voll mit. Und die Dramaturgie und die Spannung ist halt extrem krass gemacht. Und da gab es wirklich ein paar echt sehr heldenhafte Aktionen, sowohl von Leuten, die mit direkt da waren, als auch von Leuten von außerhalb. Krass. Und also so, die Leute wurden so von der Regierung oder von der Polizei teilweise irgendwie voll in den Stich gelassen, so wie ich es verstanden habe. Und da mussten teilweise Leute irgendwie eingreifen und haben Sachen gemacht. Es war einfach wirklich, ich saß eine Stunde mit meiner Kinnlade einfach so irgendwie unten. Deswegen habe ich mal so rausgehauen mit Sternchen, Empfehlung mit Sternchen. Also wenn deine Haut dick genug für sowas ist. Und der Hauptpunkt ist, ich werde nie in meinem Leben in die Nähe eines Vulkans gehen. Verstehe. Nie im Leben. Nichts. Also genau. Für wen ist das vielleicht sogar eine Pflichtlektüre? Falls ihr vorhattet, weiß ich nicht, irgendwie Vulkan-Hopping oder keine Ahnung zu machen. It's not gonna happen. Also ich war in meinem Leben schon auf drei Vulkanen. Du warst? Ja. Damn. Nee, Entschuldigung. Ich war auf zwei und in einen bin ich reingeschwommen. Hm? Ja, also. Was meinst du mit, ja. Also warte, es ist eine vulkanische Insel gewesen. Wo war ich denn da? Ich glaube Griechenland. Ah. Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube ja. Und es gab quasi so eine Bucht, wo du reinschwimmen konntest. Und dann hast du dich theoretisch im Vulkan befunden. Aber du warst nicht in einem aktiven Vulkan. Sondern es ist einfach, du warst innerhalb des Berges, der theoretisch Teil des Vulkans ist. Und da hat sich ein See quasi oder ein Pool angesammelt. Ja. Durch Regen oder was? Nee, durch Meerwasser. Ach, das war nicht höher gelegen. Das ist so Meereslevel gleich gewesen. Genau, also es war einfach wie so eine Bucht, die da so reinging. Weil voll viele Vulkane sind ja unterhalb des Wassers. Ah, stimmt. Also die Spitze ragt dann bei uns, wo Boden ist, aus. Und das sieht so aus, als wäre es da. Aber das geht unterhalb. Und manche gibt es ja dann, die wir dann auch oberhalb wie einen Berg sehen. Ja, nee, es war quasi wie ein großer Berg. War es heiß? Oder war der gar nicht mehr aktiv? Das Wasser ist warm dort. Also, weil du fängst an, du musst tatsächlich von einem Boot springen, bist im Ozean einfach. Also, nicht mitten im Ozean. Du musst von einem Boot springen, mitten im Ozean und die Delfine tragen dich. Du bist schon an der Öffnung von dieser Bucht. Okay. Aber du springst quasi ins normale Wasser, was nicht diese Bucht ist. Und du merkst, das ist kaltes Wasser, wie es halt im Meer der Fall ist. Ich bin der Meinung, das war Griechenland. Okay. Und dann schwimmst du und dann merkst du, wie das Wasser wärmer wird und komisch riecht. So schweflich. Und es hat auch eine weirde Farbe. Und nein, es war nicht einfach. Du, der... Für 50 Euro mehr könnt ihr diesen besonderen Pool benutzen. Ihr müsst nur immer Jerry vorschwimmen lassen. Aus irgendeinem Grund. Okay, Mann. Jeez, Jerry. Ja. Und die anderen Male war ich... Ich war mal beim Vesuv. Bei einer Klassenfahrt. Und ich war auch noch mal auf einem anderen Vulkan. Aber beide waren halt nicht aktiv. Okay. Aber das Ding ist, ich kenn mich mit Vulkan auch gerade zu wenig aus, um zu wissen, was bedeutet, die sind nicht aktiv. Heißt das diesen Stand-by-Mode? Weil er kann dann trotzdem jederzeit angehen. Also, ich glaube, theoretisch, so wirklich in der Theorie, können Vulkane... Also, okay, warte. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich glaube, die können dann auch einfach wieder aktiv werden. Was ich denke. Es leben ja auch... Es sind ja... Es leben ja einfach... An Vulkanen leben einfach so Leute. Ja. So, da sind so Dörfer und manchmal Städte. Ja. Die da auch schon seit Hunderten von Jahren sind. Und ja, es ist ein Vulkan, aber wir wohnen hier. Wo ich mir auch so denke, man kann ja überall wohnen, wohnen noch woanders. Was ich meine. So, es gibt keinen so Grund, warum so, ey, wir sollten echt hierher ziehen, so. Vor allem nicht hierher ziehen. Ja, genau. Also, du bist da geboren, kanntest nichts anderes und so und hinterfragst vielleicht nie dein Status Quo. Ist vielleicht noch verständlicher, aber so. Wie sieht es mit dort aus? Wo wir da ein Haus bauen, richtig viel Zeit und Mühe da investieren. Es ist halt erstaunlich günstig da. Halt auch nicht, warum. Damn. Ich habe ja nicht mal Bock, sowas zu besuchen je wieder. Ja, das glaube ich dir. Nachdem, was ich da gesehen habe. Und, und ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ich bin jemand, der nicht so, ich bin kein Angstschürer, also auch für mich selbst, jetzt sowieso, für andere sowieso nicht. Aber ich bin jetzt niemand, der so mit Angst, mit Ängsten durchs Leben geht und dann Sachen verpasst, die ich gerne machen möchte. Ja, ja. Wenn ich irgendwas machen will, ich bin ja auch falsch umgesprungen. Und ich will jetzt gar nicht so, ah, hier, ich nehme jetzt, ah, das macht Leuten voll Spaß und ich mache es euch kaputt. Nee, nee, egal wie viel Spaß. Na guck mal, so, Fallschirmspringen, ey, wenn ich auf den Boden klatsche und das Ding geht nicht auf, okay, sollte passieren. Sollte passieren? Ich meine, wenn es passiert, dann sollte es wohl so passieren, mäßig so. Weiß ich nicht, ob das stimmt. So, und dann bin ich halt zertrümmert, wahrscheinlich gone oder habe miese Schmerzen und habe irgendwie noch überlebt. All das ist irgendwie noch, aber das, was ich da gesehen habe, kein Ausblick, kein, kein, es gibt nichts auf dieser Welt, was es sich für mich lohnen würde, das in Kauf zu nehmen, was da passiert. Also dazu muss man auch sagen, so jetzt, wenn man mal wirklich ehrlich ist, so cool ist jetzt auch ein Vulkan auch nicht. That's the thing. Was ich meine, so, ich würde, ich persönlich würde zum Beispiel niemals Fallschirmspringen, außer es ist für einen Film. Ja. Ich möchte, dass das so ist, aber es stimmt tatsächlich. Ich würde nie so einfach so Fallschirmspringen, aber ich verstehe den Appeal, weil es risky, aber schon wahrscheinlich übertrieben krass so ein Gefühl ist. Du fliegst halt. Ja, das ist einfach so, daran erinnerst du dich wahrscheinlich für den Rest deines Lebens und so, das ist so einfach unglaublich krass. Ja. Vulkan, der nicht aktiv ist, ist eigentlich einfach nur ein Berg mit so, ah, eine Pfütze, die sich ein bisschen bewegt. Ja. Muss nicht sein. Deswegen, bro, vor allem, da ist so, hier kommt so heißer Schwefeldampf aus dem Boden. Digga, Schwefel, ich will sowieso schon nicht in die Nähe von einem Schwefeldampf gehen, aber jetzt auch noch so, es kann dich verbrennen. The fuck. Ich frage mich, ob du immer noch so denken würdest, wenn Vulkane richtig cool wären. So. Was kann die richtig cool wären? Na, zum Beispiel so, also, Vulkane, sämtliche Vulkane, ja, wenn die inaktiv sind, da gibt's so, Essen for free immer, das ist dein Lieblingsessen und so, weiß ich nicht, die besten Attraktionen, man kriegt so Geld geschenkt die ganze Zeit und ist so immer eine gute Zeit, wenn man da ist. Ja, verstehe. Aber, sollte er jemals aktiv werden, passiert immer noch das, was du da beschreibst. Ich frage mich, ob du da nicht so wärst, ja, okay, ist schon seit 100 Jahren nicht aktiv, kann man schon mal machen. Also, schau mal, das kann durchaus sein, dass du dann so vormorbe kommst und so. Ah, alle sind beim Vulkane schon wieder. Ja, vor allem, wenn so Leute Storys von den heftigen Partys posten, dann so, und dann bist du so, anfangs denkst du vielleicht so, ja, pff, nee. Aber dann ist irgendwann so, weiß ich nicht, Buster und Fifty sind zu Besuch dort, so, weißt du, was ich meine? Und dann merkst du so, oh, scheiße, okay, das wird immer, die Party wird da immer krasser. Und ob ich dann hingehen würde, nee. Trotzdem. Habe ich die Doku gesehen? Ja. Ja, nein. Krass. Da muss es echt schlimm sein. Also, du könntest mir sagen, Michael Jackson wartet dort gerade auf dich. Ja. Bei einem inaktiven Vulkan. Der ist inaktiv. Warum versuchst du mich so zu machen? Bruder, der ist inaktiv. Er versucht so richtig so, Schulter locker lassen sein. Der ist schon seit 100 Jahren nicht ausgebrochen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass der ausbricht. Komm schon, Ari. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du auf dem Weg dorthin in einem Autounfall, als dass der jetzt ausbricht, weißt du? Shit. Und Michael Jackson, auftritt es da? Nein, ich meinte, er wartet alleine auf mich. Ach so, ja, okay, er wartet alleine auf dich. Aber er kann auch auftreten, wenn du willst. Okay, okay. Und, sag mal, es ist richtig krass da. Ich habe die Idee. Okay, erzähl. Erstens, oh, Michael Jackson wartet da jetzt gerade so wirklich. Das Ding ist, du hast das vorgeschlagen. Du tust so, oh, das ist so unfair von dir. Du spielst mit meinen Gefühlen, Mann. Mann, das hast du dir ausgedacht. Das ist so, als würdest du so Schach spielen mit dir selbst. Du machst so einen Move und drehst so das Brett und so, ah, scheiße. Du dreckiger Penner, du. Okay, 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 okay. Ist Michael Jackson danach wieder weg? So, ich kann jetzt nur da hingehen und dann rede ich mit ihm eine Stunde und dann haue ich wieder ab oder was? Nö, der ist da immer. Ach, der ist da immer. Ich lüge nicht. Das macht die Sache auf jeden Fall schwieriger. Aber die Antwort ist eigentlich immer noch nein. Krass, Mann, okay. Einzige Ding ist, ich würde so... Oh, oh. Und Jackie Chan. Ja, dann gehe ich hin. Wenn die drei da sind, dann ist egal. Okay. Ich glaube, ich würde dann einfach eine Cyan-Kali-Kapsel mitnehmen. Alter, okay, Aria. Na, wenn das passiert, was da passiert, nicht viel davor, bin ich scharf darauf, von der Erde wegzugehen, so. Falls dir mal was passiert, so, das war die Regierung oder sowas. Okay. Weil ich bin, ich will am Start sein. Aber nachdem der Shit passiert, der da passiert, dann willst du... Okay, warte, weißt du, was wahrscheinlich viel, viel schlauer ist als Cyan-Kali-Kapsel? Irgendwas, was dich davor schützt. Das verstehe ich gar nicht sowieso, warum die sowieso nicht mit Schutz dahin gehen. Die sind einfach... Ich glaube, die hatten sogar so kurze Hose und so ein Shit. Ja, weil der halt nicht ausbricht. Ja. Normalerweise. Normalerweise. Ja. Da war auch irgendwo so ein... Man musste so eine... Kennt ihr diese Einverständniserklärung, die man unterschreiben muss, wenn man irgendwas Gefährliches macht? Mhm. Sie tragen die ganze Schuld. Ja, krass. Das ist manchmal gar nicht so ein schlechtes Zeichen. Also, ich war auch mit kurzen Hosen bei dem Vulkan. Mhm. Ich hab halt gesagt, kann der nicht ausbrechen? Und die meinten zu mir, nee, nee. Und dann war ich so, ach so, okay. Ja, wurde denen auch so gesagt. Ja, ja, dann. Und die mussten halt was unterschreiben. Und da stand irgendwas, was die vorher haben die jetzt irgendwie gar nicht als so bedrohlich wahrgenommen. Eine so eine Frau war auch schon so richtig so, die hatte so voll Angst und ihr, auch voll schlimm sowas, Mann. So ihr Mann hat sie überredet, da hinzugehen. So der wird sich das doch auch nie im Leben verzeihen können, so. Kann ja nichts dafür. Ja, aber du denkst ja trotzdem, so Survivors Guild und all so ein Scheiß. Bei einer hat ihr Ehemann, die waren frisch verheiratet, Mann, und da hat sie so überzeugt mitzugehen. Und sie hat dann, als sie gerade auf der Insel angekommen sind, weil da fährst du erstmal irgendwie ein, zwei Stunden mit dem Boot vom Festland bis zu der Insel. Und sobald sie angekommen sind, hat sie so angefangen, so Angst zu bekommen und so nochmal gefragt. So, das bricht wirklich nicht aus. Das hat so mehrmals gefragt. Und du kriegst so Gänsehaut, wenn du weißt, was alles passiert ist und dann die Doku guckst und gerade hörst, wie sie das sagt. Aber du siehst all diese Leute und weißt, die wissen gerade noch gar nichts. Ja, ich glaube, was bei mir immer ein bisschen, ich stehe da ehrlich gesagt immer ein bisschen im Konflikt bei so den Dokus. So, ob man da zugucken sollte, mäßig? Ja, weil, also, es gibt zum Beispiel auf Netflix sogar eine Folge von Black Mirror, wo dieses Thema sogar ein bisschen angesprochen wird. Ich werde nicht sagen, welche Folge oder ich versuche nicht zu spoilern, aber es geht quasi darum, dass eine Doku gedreht wird. Und diese Doku, in dieser Doku passieren schlimme Sachen, aber die Doku, ich will nicht spoilern. Im Endeffekt wird da thematisiert, dass eine Doku, in der schlimme Sachen passiert und die auf wahren Begebenheiten basiert, irgendwelche Preise gewinnt. Aber, und alle sagen so, boah, musst du dir unbedingt angucken, ist voll krass und so. Aber eigentlich so ist das voll schlimm, weil das nutzt die Geschichte von wirklichen, tatsächlichen Dingen, die passiert sind, schrecklichen Dingen, die Leuten passiert sind und inszeniert diese, damit Leute was auf Netflix zu gucken haben. Definitiv habe ich auch mehrmals gedacht, währenddessen. Und, und deswegen bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der anderen Seite ist das natürlich interessant zu sehen und, also, es ist wahrscheinlich auch irgendwo entertaining, aber so, vor allem auch so einfach zu sehen, wie sowas abläuft. Man will das, ich weiß nicht, irgendwie die menschliche Neugier übernimmt da vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht genau. Aber andererseits ist das halt auch irgendwie so, da sind halt wirklich Leute gestorben und du guckst das quasi für deinen, deine Belustigung ist ein bisschen doll, weil das ist ja nicht deine Belustigung. Nee, ja, das ist nicht Belustigung. Aber so quasi am Ende des Tages ist es so, du schaust es dir an und ich weiß nicht, es ist einfach, ich sage nicht, dass das schlimm ist, sich das anzugucken und ich sage nicht mal, dass es schlimm ist, Dokus über Ereignisse zu machen, die schlecht sind, weil in gewisser Weise klären sie ja auch auf. Es ist einfach nur, dass ich so ein bisschen so hin und her gerissen bin manchmal. Ab wann ist Neugier irgendwie etwas Verwerfliches? Ich verstehe absolut, was du meinst. Also, ich hatte auch mehrmals, vor allem, es gab auch so einen Trailer zu dieser Doku und mir ist auch schon des Öfteren irgendwie so dieser Gedanke, hat mein Gehirn gekreuzt mit meinen... Einmal ein Kreuz mit deinen Gedanken gemacht. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, das ist so, ey Mann, das ist irgendwie voll die Tragödie und die haben so ein Asset daraus gemacht, so als ein weiteres Ding in unserem Katalog. Und verdienen Geld damit. Und Moment mal, ich will weder Netflix vorwerfen, noch den Machern dieser Dings, dass dies aus diesem so... Also, okay, für Netflix, dass das ein Grund war, das kannst du ja nicht abstreiten, das macht ja nur Sinn. Aber ich meine jetzt so, dass da nicht vielleicht irgendwie andere Intentionen noch mit vorhanden waren. Jetzt vor allem irgendwie bei den Produzenten oder Director oder, oder, oder. Aber ja, es ist... Ich weiß auch selber noch nicht, was meine Antwort darauf ist. Deswegen sage ich ja auch, dass das so schwer ist. Also, ich habe auch keine so... Ich meinte ja so, ich bin hin- und hergerissen. Ich sage nicht, ich sehe es so oder ich sehe es so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Das ist das Gleiche wie mit diesen... Bei irgendwas ist es ja auch Geschichte, aber... Sorry, erzähl das mal weiter. Absolut. Es ist ja auch aufklärend. Es ist ja auch... Wahrscheinlich die Macher dachten sich auch, ey, wir müssen diese Geschichte erzählen, damit Leute... Also, damit zumindest Leuten diese Gefahren bewusst sind. Ja. Und auch, man will ja auch irgendwie... I don't know. Also, das Gleiche ist zum Beispiel auch bei so ein Dokus. Da gibt es ja auch zuhauf über irgendwelche, zum Beispiel Serienmörder oder sowas. Ja. Und dann ist es auch so ein bisschen, ja, okay, in gewisser Weise sind sie ja auch der Hauptcharakter der... dieser... dieser... dieser Dokumentation. Und dann... Also, die kriegen quasi ein Werk, sich gewidmet. Und so... Es geht dann darum, wie sie irgendjemanden, der jetzt einfach weg ist, getötet haben. Ja. Und so... Ich weiß nicht. Also, will das die Familie, will das die Person überhaupt wollen? Es werden einfach Fotos von der gezeigt, so... Weißt du, ich meine, so voll viel Stuff, wo ich mir dann so denke, hm, irgendwie ist das auch voll seltsam. Ja. Aber gleichzeitig verstehe ich auch, dass man so diese Geschichte erzählen will, weil es irgendwo auch... Man will auch erzählen, hey, das ist passiert, das ist was Schlimmes, was passiert ist, das ist meinem Familienmitglied widerfahren, das ist was auch immer. Und jeder soll wissen, dass es deswegen... Das kann ja auch warnen. Genau, genau. Das kann ja auch eine Lektion sein. Deswegen ist das so voll schwer, aber irgendwie... Ich persönlich gucke tatsächlich wenig solche Sachen, aber gern, ich mache niemandem Vorwürfe, der das schaut, ich verstehe es sogar. Und ich verstehe auch, warum es produziert wird, aber irgendwie ist es... Ich weiß nicht, es ist einfach seltsam irgendwie, wenn man drüber nachdenkt. Du weißt absolut, was du meinst, Mann. Weil es auch nochmal anders, wenn so ein fiktiver Film über jemanden gemacht wird, zu... Das ist die Story und wir zeigen Fotos und das ist die Crime-Scene und oder hier bei dem Vulkan-Ding. Ich weiß nicht, was man da sieht, aber sieht man, wie die Leute irgendwie... Also, was ich schon mal sagen kann, ist, bis auf natürlich Nachfolgen wie Verbrennung und so was, seht ihr... Also, ihr seht keine schlimmen Sachen oder so was. Viel eher, was ihr hört oder so einfach zu erfahren, was passiert und was die gerade durchleben und was sich alles so ereignet hat, das ist eher das. Und ich hab auch wirklich sehr das Gefühl gehabt, dass sie sehr respektvoll... Sowas ist mir natürlich auch sehr wichtig, wenn ich sowas gucke. Ist das Werk respektvoll gegenüber den Angehörigen, also den Involvierten. Und das hatte ich sehr das Gefühl. Aber ja, alles Weitere ist tatsächlich eine interessante Diskussion, die ich auch gerne mal vielleicht mit Leuten, die in sowas involviert waren. Weil guck mal, es gibt mehrere Punkte. Erstens, ist es vielleicht sogar etwas Hilfreiches, dass diese Doku entstanden ist? Hat das denen geholfen, die Sache nochmal vielleicht besser zu verarbeiten? Weil du, wenn du dort bist, kriegst du auch gar nicht, was passiert. Plötzlich passiert irgendwas, du bist im Schock deines Lebens, im Schmerz deines Lebens und dann ist es auf einmal wieder vorbei. Du bist auf einmal im Krankenhaus, irgendwie sowas. Du weißt gar nicht mal, was passiert ist. Helft das dir, das besser zu verarbeiten, wenn du weißt, was sich zugetragen hat? Oder vielleicht, wenn du später... Ich weiß nicht mal, ob irgendwer von denen sowas später nochmal sehen möchte. Aber falls ja und falls sie es sehen, hilft das irgendwie was. Oder allein, dass die Interviews gegeben haben für das Ding. Oder hey, irgendwer gedenkt noch an die, die wir verloren haben. Sie werden wenigstens auf Netflix quasi in einer Doku verewigt. So, man vergisst ihre Namen nicht. Weil vielleicht ist es auch voll verstörend und traurig, dass du bei so einer Katastrophe verlierst du Leute und niemand bekommt was davon mit oder so. Deswegen meine ich ja, es kann auch... Also es gibt auf jeden Fall Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Aber es ist einfach nur ein Thema, wo ich selber für mich gemerkt habe, dass ich selber nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Vor allem mit dem Hintergrund, dass, wie du halt meintest, so, dass so, warum produziert Netflix oder, es muss ja nicht Netflix sein, Streamingdienst oder auch ein Fernsehsender, diese Doku eigentlich mit dem Hintergedanken, damit Profit zu machen. Das heißt so, es wird quasi mit dem Unglück anderer Profit gemacht. Weißt du, was ich meine? Aber, 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 aber das ist das, was ich meinte. Es muss nicht unbedingt immer der Startschuss sein. Es muss nicht immer der Startschuss sein? Sehr viele von den kreativen Werken, die wir jemals gemacht haben, so, alles, was wir machen, ist ja auch natürlich, ist ja auch unser Job und so, wir wollen ja natürlich auch damit Geld verdienen. Ja. Aber es war eigentlich nie der Fall, dass wir so, oh, lass dieses, lass diesen Kurzfilm machen, weil es voll Geld bringt. Und, oder lass diesen, das und das, sondern so, ich hab diese Idee. Mhm. Und das ist das, was ich sagen will, ist, natürlich macht Netflix Geld damit und natürlich geben sie am Ende auch nur Geld aus, weil sie wissen, die verdienen Geld damit. Ja. Aber ich will trotzdem nicht irgendwem in die Schuhe legen, zu sagen, wenn ich's nicht weiß, dass so, weil es gibt ja zwei theoretische Ausgangssituationen. Einmal so, jemand hat's gesehen, oh, Ching Ching, und das ist super unangebracht. So, der hat direkt das... Cha-ching. Cha-ching. So, er hat so, äh, Ching Ching Ching. Nee, doch, das geht auch. Das ist doch, ist doch auch so der Sound von so einer Kasse. Ist nicht Cha-ching? Gibt's, glaub ich, beides. Achso. Ich hab schon beides gehört. Das andere klingt wie racist. Ja. Es ist in einem anderen Kontext, dass der sich so denkt, uh, Dala Dala, wenn wir das machen, gibt das viel Dings. Und es gibt aber auch, kann auch von Netflix oder jemand anders gewesen sein, der auf Netflix zugegangen ist. Aber selbst Netflix könnte das gesehen haben und einfach nur gefesselt davon gewesen sein, oh mein Gott, das müssen wir festhalten. Ja, so. Und dann ist natürlich, äh, ja klar, okay, hey, finanziert sich das, macht das Sinn, bababab. Ja, nee, absolut, natürlich. Deswegen ist es halt, das ist weird irgendwie. Ja. Aber, again, ich bin nicht dagegen und ich sag auch nicht, dass man das nicht gucken kann und ich sag nicht mal, dass ich das nicht selber auch interessant finde. Aber es ist ja eine weirde, komisch irgendwie. Es ist halt interessant, weil in dieser, in dieser Black Mirror Folge, die ich erwähnt hab, die ist von Netflix. Und da wird genau das sogar kritisiert. Dann so eine Person, der was voll Schlimmes widerfahren ist, hat dann so ein Award vor sich stehen. Leute, das war auf jeden Fall ein interessantes Gespräch gerade. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, könnt ihr das jetzt tun. Entweder ihr könnt uns auf den Audio-Streaming-Plattformen folgen oder ihr könnt uns auch gerne auf YouTube abonnieren. Folgt uns auch gerne auf Instagram, at ariali und at jsamuels. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, hold your reason, peisin and goodnight San Francisco.